Zwei-Kampf-Sofa Zwei-Kampf-Sofa Äh, Schaden 31 Oh Ja, also Schaden plus 31 Gesundheit pro Treffer 5% Cool Ja, das ist doch gut Dann gehen wir gleich zum nächsten Schrein Vielleicht gibt's da noch was Schickes Was ist das überhaupt? Das ist doch eine Ausrüstung, oder? Das ist Ausrüstung, ja Ist ein Mojo Ähm Was schmecke ich dafür jetzt weg? Was du nicht haben willst, was weiß denn ich? Was ist denn? Das ist auch nicht schlecht. Schaden. Plus 34. Warte mal eben. Warte, warte. Aber das andere ist auch nicht schlecht. Du wirst wieder auferstehen. Oder auch nicht. Klar. Friedhofsportal. Und weg. Noch ein Schrein, den ich ja nicht aufnehmen darf. Super. Darf ich vorlesen? Wie immer. Labert ja nur. Wer, wer wagt es in meinen Schrein zu betreten? Entschuldigung. Ich bin nur ein Voodoo-Lehrling. Ich wollte nicht... Ein Lehrling des Voodoo's? Du musst dann wohl noch einiges erlernen. Benötest du ein paar Ratschläge? Ja, gerne. Bleib fern von Samedi. Der alte Trunkenwoll schafft nur Probleme. Also sag schon, warum bist du hier? Das ist immer der gleiche Text, oder? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrochen. Das ist immer der gleiche Text. Du sagst, du seist noch jung und du willst noch etwas dazulernen. Ich könnte deine Aufgaben noch in herausfordernder gestalten, wenn du es wünschst. Oh. Lass mich überlegen. Lass mich überlegen. Minus Gesundheit. Mehr Erfahrung und Gold. Nee, du willst bestimmt keine Gesundheit weniger noch haben, ne? Hast du abgewählt, oder? Ich hab die abgewählt. Ja, ganz deutlich. So, jetzt geht's zum Boss. To the Boss. Nein! Not to the Bose. Ich hab dich ja dabei. Bist du equipped? Nein. Jetzt geht's zum Mummery. Oh mein Gott. Äh. Rücken nicht. Ich werde die Kiste nie aufkriegen. Ach, komm, ich geh weg. Es ist nur Gold drin. Es ist nur Gold. Oh, ich hab noch den Kackstrahl. Na geil. Der Kackstrahl. Ich muss jetzt mal kurz gucken, was das hier noch ist. Er ist weg. Ich hab ein Elektrostrahl, hab ich noch. Und zweimal Hells. Ich equippe schon mal mein Hells. Die Ausrüstung bekommen. Ja, ich hab wieder den wiederaufladbaren Schuss, hab ich auch zusätzlich noch aufgeladen. Oh, sehr cool. Ja, den hast du auch gefunden. Das ist ja cool. Oh, was ist denn? Ach, oh nein! Oh. Äh. Ich kann mich nicht richtig bewegen hier. Kann das sein? Ich kriege ich gerade nicht über die Fresse. Oah. Aua. Äh, welche Schüsse davon sind böse? Alle. Ups. Du bist schon wieder tot? Ja. Was ist das? Was? Das schaffst du doch, oder? Ich hab ein Problem gerade. Komm, wieder Berlin ist doch einfach. Ey, Macker, ich lieg dir noch dumm rum. Ähm. Ich lieg mich immer noch dumm rum. Ich bin auch tot. Nein. Nein. Alter. Da kannst du mal sehen. Der knallt richtig gut rein. Ich sag ja. Uiuiuiuiuiuiui. Der Gegner wäre einfach gewesen, aber... Nein. Der ist mit... Wenn der Boden immer Piekser hat und Tui ihn trotzdem platt machen muss. Nein. Der ist nicht einfach. Hör zu, was ich sagen möchte. Der Gegner ist einfach, aber der Boden ist scheiße. Na super. Okay. Ähm. Ja. Das war denn diese Folge vom Zweikampfsofa und dem Boss. Ja. Bis zum nächsten Mal. Das war eine kurze Folge. Das ist egal. Tschüss. 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 Tschüss.